Musik Mit Verantwortung geht es beim zweiten Steiermark Genussapfellauf in Stubenberg bewegt in die nächste Runde. Mit rund 20 Unternehmerinnen und Unternehmern ist WKO-Steiermark-Präsident Josef Herk voller Motivation und Einsatzbereitschaft wieder an den Start gegangen. Einsatzbereitschaft wie auch Eigenverantwortung sind sehr, sehr wichtige Voraussetzungen für den unternehmerischen Erfolg. Ja, das ist das Allerwichtigste in der Wirtschaft, das ist das Allerwichtigste im Leben und das müssen die Leute kennenlernen, damit es viele Wirtschaftsfreiwände gibt und eine funktionierende Gesellschaft. Ja, das ist ein ganz wichtiger Faktor, man muss im Berufsleben Eigenverantwortung an den Tag legen und natürlich auch im sportlichen Bereich und deshalb sind das ganz, ganz wesentliche Begrifflichkeiten, die wir brauchen, damit wir uns wirtschaftlich und auch sportlich weiterbewegen können. Ist in jedem Bereich natürlich wichtig, weil nur das ist der Weg zum Erfolg. Deswegen kämpfen wir von der WKO-Steiermark auch dafür, dass die Rahmenbedingungen so sind wie heute bei diesem Lauf hier am Stubenbergsee, mit besten Wetterbedingungen, sodass die Leute zeigen können, was sie trainiert haben und was in ihnen steckt. Das beste Beispiel sind die Selbstständigen, die eben selbstständig handeln und insofern sind wir bei der Wirtschaftskammer gut aufgehoben. Naja, Eigenverantwortung ist notwendig, man muss sich gut vorbereiten. Man muss sich in einem Unternehmen gut vorbereiten für den Beruf und auch im Sport, das nennt man im Sport, nennt man es trainieren. Einfach auch, dass man gut vorbereitet in den Wettkampf geht und auch im Unternehmerischen muss man sich gut qualifizieren, damit man auch die unternehmerischen Leistungen bringen kann. Im eigenen Unternehmen logischerweise wird man jeden Tag gefordert. Man muss immer am Ball bleiben, innovationsbereit sein, muss Innovationen auch einführen können und wollen und natürlich auch die finanzielle Kraft dafür haben und die Rahmenbedingungen sollten dafür natürlich auch ebenfalls passen. Einsatz zeige ich, in dem ich da heute mitgelaufen bin. Nach zehnjähriger Pause war das ein ziemliches Materialium, aber ich habe es geschafft und ja, war eine tolle Aktion. Das Ziel des Projekts, nicht nur den Lauf gemeinsam erfolgreich zu meistern, sondern auch ein klares Zeichen zu setzen, um die steirische Wirtschaft zu stärken und voranzutreiben. Im Sport muss man trainieren, langsam anfangen, gut vorbereiten. Ich denke, das soll auch ein bisschen ein Appell sein, dass betriebliche Gesundheitsvorsorge bei Mitarbeitern gut gemacht wird und Unternehmer, Unternehmerin darf auch nicht darauf vergessen, für die eigene Gesundheit zu schauen. Und auch im Unternehmerischen braucht man hier so quasi ein gutes Coaching, damit man auch sicher durchkommt. Eigenverantwortung beginnt mit einem gesunden Körper. Nur so kann auch etwas bewegt werden. Ohne Bewegung rostet man, man rastet und damit hat man sozusagen kein angenehmes Leben mehr. Ich sage immer, die WKO Steiermark ist ein Unternehmen, ein Unternehmen der Unternehmer, das Serviceleistungen erbringt, das im Bildungsbereich tolle Leistungen bringt, im Bereich der Interessenvertretung und das schaffen wir nur mit unseren guten Leuten. Und wir sehen es ja auch hier beim Laufen, es gibt ja so viele Mitarbeiter, die mit voller Freude mit dem Präsidenten mitlaufen, in der Unterstützung, sich selbst toll einsetzen und das machen sie auch Tag für Tag in der Arbeit für die steirische Wirtschaft. Ein klares Statement.